Hallo ihr Lieben, ja, herzlich willkommen zum ersten Video im neuen Jahr auf diesem Kanal. Ein frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht. Wie versprochen, habe ich im Hintergrund fleißig an Ideen zum neuen Mini-Release gearbeitet. Und heute möchte ich den Anfang machen mit einer kleinen Miniserie. Es soll nämlich um die große Hintergrundstanze mit den kleinen Sternen hier gehen. Ich möchte euch gerne in den nächsten fünf Videos fünf kleine Karteninspirationen zeigen, was man mit der Stanze so machen kann. Also quasi das Format eine Stanze, fünf Karten. Ich habe auch überlegt, ob ich alle Karten in ein Video packen soll. Letzten Endes habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal mit diesem kleinen Miniserienformat. Und ihr könnt euch ja, sobald die Videos alle raus sind, das Ganze auch dann im Ganzen gerne angucken. Dann habt ihr sozusagen ja auch ein ganzes langes Video. Oder ihr nehmt das einfach als kleine einzelne Inspirationshäppchen für zwischendurch. Natürlich würde mich vor allen Dingen auch eure Meinung dazu mal interessieren. Also falls ihr das eine oder das andere bevorzugt, dann lasst doch sehr gerne auch mal Feedback in den Kommentaren dazu da. Ein längeres Video wird natürlich bedeuten, dass ihr länger darauf warten müsstet, weil es einfach länger dauert zu produzieren. Kleine Videos kann ich dann dafür zwischendurch in einem kürzeren Abstand veröffentlichen, aber sie sind dann halt auch eben nicht so lang. Für die heutige Karte fange ich erstmal damit an, mir ein Hintergrundpapier zu erstellen. Dafür habe ich mir mal wieder meine Nouveau Schimmerpaulas gegriffen und mir mit einer Sprühflasche und einem Heißluftfön einen schimmernden Aquarellhintergrund erstellt. Gearbeitet habe ich dabei auf eine Silikonmatte, wo praktischerweise das Wasser dann direkt auch abperlt, sodass sich das Hintergrundpapier zusätzlich auch nochmal in diese kleinen Pfützen, die dann entstehen, sehr schön reintunken kann. Somit bekommt man auf ziemlich einfache Art coole Aquarelleffekte. Und wenn ich dann fertig bin, lässt sich die Matte auch super easy reinigen, einfach mit einem feuchten Tuch kurz drüber wischen. Wie ihr auch seht, habe ich hier drei Farben insgesamt geschichtet. Die Grundfarbe bildet Violet Brocade und mit Blue Blitz und Cherry Bomb habe ich dann noch ein paar zusätzliche knallige Farbakzente gesetzt. Als nächstes habe ich mir dann noch einen zweiten, wesentlich dezenteren Hintergrund mit der Nouveau Schimmerpauderfarbe Lilac Waterfall gestaltet. Das Hintergrundpapier brauchen wir gleichzeitig auch noch später für die vierte Karte nochmal aus dieser Miniserie. Daher habe ich das Papier in DIN A5 auch etwas größer gestaltet, als ich das jetzt hier gebraucht hätte. Die Technik ansonsten ist dieselbe wie auch beim vorigen Hintergrundpapier. Im Anschluss habe ich mir dann die große Sternenstanze aus dem 2-in-1-Stanzset geschnappt und das Ganze ausgestanzt. Und die Ausstanzung der großen Sternenhintergrundstanze könnt ihr jetzt an der Stelle gerne ignorieren. Wie gesagt, die Ausstanzung brauchen wir dann später bei Karte Nummer 4. Ich habe es jetzt hier einfach mal alles in einem ausgestanzt, aber für die heutige Karte brauche ich nur den großen ausgestanzten Stern. Als nächstes schnappe ich mir dann die große Sternenhintergrundstanze und stanze mir das einmal aus weißem Cardstock aus. Die kleinen Sterne an der Stelle auch nicht wegschmeißen, die kann man nun super auch noch für andere Projekte verwenden. Und ebenfalls aus dem weißen Cardstock schneide bzw. falze ich mir dann auch noch gleich eine DIN A6-Kartenbasis zurecht. Der Hintergrund der Karte ist somit schon mal vorbereitet. Jetzt kommen die Fokus-Objekte. Als Motiv habe ich mich hier für das Einhornstempelset entschieden und habe mir dort das springende Einhorn und die kleine Sternstimme ausgesucht. Aufgestempelt habe ich das Ganze dann mit Memento, also das heißt einem Stempelkissen, was für die Koloration mit Alkoholmarkern geeignet ist. Und dann kann es auch schon mit der Koloration losgehen. Damit das Motiv jetzt auch gut zu dem vorhin erstellten Hintergrund passt, habe ich dasselbe Farbkonzept auch hier wieder aufgegriffen, also das heißt Pink, Blau und Lila. Und im Anschluss habe ich die Motive dann noch mit einer Schere grob ausgeschnitten. Den Spruch auf der Karte soll hier die neue Stanze Wünsch dir was bilden. Und dafür habe ich mir ein Stück von dem vorhin erstellten Hintergrundpapier genommen und von der Größe her erstmal grob zurechtgeschnitten, sodass die Stanze draufpasst. Damit ich mir jetzt nachher gleich beim Aufkleben etwas leichter tue, habe ich das Ganze jetzt auch nochmal auf doppelseitigem Klebepapier aufgeklebt und das auch nochmal auf die passende Größe zurechtgeschnitten. Achtung, jetzt hier natürlich die andere Seite von dem doppelseitigen Klebepapier erstmal noch nicht abziehen. Aber so kann das jetzt gemeinsam mit der Stanze einmal durch die Stanzmaschine gekurbelt werden. Und wie ihr seht, jetzt kann ich den Spruch einfach rauslösen und das Ganze klebt wunderbar an den Stellen, wo es kleben soll, wo es kleben muss und ich muss nicht umständlich zusätzlich mit Flüssigkleber rumhantieren. Denkt hier nur dran, dass ihr nicht die Ü und die I-Pünktchen vergesst. Aufgeklebt habe ich das Ganze auf der dazu passenden größeren Ausstanzung, die ich einfach aus weißem Cardstock mir ausgestanzt habe. Die 1-Teile sind nun also soweit fertig, jetzt kann alles zusammengeklebt werden. Wie ihr seht, habe ich mich dabei dann auch nochmal umentschieden und das Spruch-Element ausgetauscht durch ein Element, wo die Farben einfach umgedreht sind. Also das heißt, der Spruch ist nicht bunt, sondern der Hintergrund ist bunt und dafür der Spruch weiß. Hat mir einfach im Endeffekt besser gefallen, aber wie das Ganze sich zusammensetzt, wie das Ganze funktioniert, ist natürlich dann dasselbe. Aus dem Stern, dem Spruch und den Motiven habe ich mir damit also quasi erstmal einen Kartenaufleger gebastelt. Das weiße Sternenhintergrundstanzpapier wird jetzt auf das farbige Hintergrundpapier geklebt und der Kartenaufleger kommt dann einfach mittig darüber. Man könnte natürlich jetzt auch alles flach aufkleben. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, den Kartenaufleger, also das heißt den Stern, mit 3D-Klebeband festzukleben. Zum Schluss habe ich dann noch ein paar kleine Akzente gesetzt und zwar auf der Mähne und der Sternschnuppe mit ein bisschen Glitzerkleber. Ja, und fertig ist somit die eigentlich recht simple, aber doch schöne effektvolle Karte geworden. Das heute war jetzt auch nur der erste Streich, wie schon gesagt, die nächsten vier Folgen dann zugleich. Also das heißt in den nächsten Tagen bzw. Wochen. Ich hoffe, euch hat die heutige kleine Inspiration gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr über ein Däumchen nach oben und einen Kommentar freuen und ein Abo könnt ihr natürlich auch sehr gerne kostenlos dalassen. Ihr Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß beim Selbstkreativsein und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. fonds Vielen Dank.